Wir sind zurück, zum dritten Mal jetzt, denn es ist schön am Singen und das reagiert schon. Endlich wieder alles. Ja, ich freue mich so. Wir haben nicht genug Platz. Ja, tag das rein, tag das rein, das rein. An die Watte, den Skorpionsschüssel, da habe ich mich auf der PSG schon geäckert, dass ich den nicht mitgenommen hatte. Hier ist schon der BH. Braucht kein Schwein, jedenfalls ich nicht. Dann für normale Menschen ein normaler Kühlschrank. Von Samsung. Bei Saturn aktuell für 200 Euro ein Angebot. Ja, absolut. Aber auch nur bei WC7 hier. Absolute Schnäppchen. Der Technik-Zombie. Ja, ich und Dennis haben gerade eine schöne Gesangsnummer aufs Paket gelegt, beziehungsweise auf unseren Telefonen. Was ihr nicht tun könntet, weil Baum oder Kraut. Dennis ist abgehauen, ich sitze jetzt hier alleine. Mal sehen, ich würde auch mal machen. Tadadadadadaadaadaadaada- Genau. Demo verhandeln. Oh, I love it. I love it so much. Ja. Ich will zu nischen. Und schon haben wir eine wunderbare doppelläufige Schrotflinte. Wie man sie ja vom Land kennt. Wir haben jetzt ziemlich viele Bugs gehabt. Wir hatten, ja was heißt ziemlich viel, wir hatten zwei Bugs gehabt. Einmal, dass die Maus nicht mehr reagiert hat, weil ich irgendwas sonst geöffnet habe. Und einmal das mit der Aufnahme. Du bist der Erste, der so weit gekauft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das hier rauszukommen? Ja, wir werden genau zu nicht sein. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann hier nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekommen. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen eine Serum. Das sollte es, was du meinst, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay. Und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im Essenhaus aufbearbeitet. Also wenn wir es bekommen, kann ich mir helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst uns nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Das war scheiße, wollte ich sagen. Und wir müssen zum alten Haus. Dann gehen wir wohl dahin. Toller Lebensweude. In der Hoffnung, nicht abzukratzen, schreiten wir voran. Dann kam Dennis wieder. Da ist er. Liquid nachgefüllt. Krass. Ja. In der Zwischenzeit ist das nicht passiert. Ach cool, Käfer. Was ich schon immer mal haben. So, da können wir nicht dran. Was ist der Dreckshaus? Ach, hi! Feiner Käfer. Hi! Ach, Jörn. 8. Februar. Du hast deine Miete nicht bezahlt. 8. Februar 1802. Sieht wie eine Planung für eine Landung aus. Wenn es das tut, werden wir ihn hier wohl finden, was ich hoffe, denn Käfer mit nem Messer platz zu machen, oder nicht gut, könnte problematisch werden. So, geh schnell mal rein. Hallo? Geht da gerne rein. Sie ist oben. Geh nicht oben. Ach! Lecker! Ich weiß jetzt nicht, wie ich das kaputt machen soll. Kann ich noch irgendwie etwas herstellen? Nee. Weil ich will da nicht lang das ekelhaft. Dann würde ich mal sagen, am besten Cup-Freunde. Wir haben uns gefreut, hier mit euch hier am Start zu sein. Wir haben es jetzt fast 10 vor 10. Seht? Ja. Na, wow. Ja. Und jo, wir haben jetzt schon fast zwei Stunden hier verbracht. Ihr für euch ja am Start. Wir würden es nicht... Na doch, wir würden jetzt gerne weitermachen. Aber es soll ja spannend bleiben, Freunde. Einige Leute, die es nicht kennen von euch... Ja, Resident Evil... Ähm... Siebenweise. Es hat... Freunde. Auf jeden Fall war ich nicht alleine. Geist war mit am Start gewesen. Und er hat auch sehr, sehr viele Leute, Freunde. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal einen Cut. Weil ich möchte noch noch Updates machen und dann auch ins Bett gehen. Und wollen wir noch ein bisschen essen. Ja, ich mach mal ein bisschen essen. Ja, ich mach mal gleich mal ein bisschen dicht hier. Ja, du hast aber gesagt, du hast meine PC hier. Morgen? Ja, heute nicht mehr. Morgen, ja. Morgen, ja. Aber ich habe versprochen. Ansonsten, ja. Durch den ganzen Geflitter nach vorne möchte ich auch nicht wirklich durchgehen. Warte, komm. Ein letzter ab. Dann würde ich mal sagen, okay. Ja. Dann würde ich ja ein Messer nehmen. Ein Messer bringt nichts. Diese Drecks. Ja. Ach, ich liebe es. Tschüss! Meine Freunde, tschau. Scheiße. Läuft noch?